Ja, ich muss die Aussage gesperrt. Ich renne mit der Panzer her, das ist sicher sicher. Wo? Pischer, ey. Boah, wie ne Punkte ich hier mit Krieger, ey, das ist heftig. Na na na. 150 Punkte nochmal drauf. Ich fahr mal nicht immer rückwärts, ich packe da ein Indy her. Wie viele Punkte hab ich denn aktuell? Oh, 1200, nice. Ist nicht schon am Ende, was will ich denn? Scheiße. Ich treff sie nicht, kacke, weil ich den gerade Raketenwerfer ausgerüstet hatte, kacke. Scheiße. Ahhhh. Falsche Taste gedrückt, kacke. Warte, ich komm zu dir. Warte, das nervt, ey. Da oben waren noch welche. Warte, ich muss mich mal treffen, aber ich steig jetzt aus. Warte, das nervt, ey. Nein, das gibt's doch nicht, ey. Du fährst mir vor der Nase rum, deswegen kann ich dich nicht treffen, du Depp. Oh, ich steig. Ja, toll. Ich will gerade einen Kill, du fährst mir vor der Panzer vor der Fresse lang. Du bist gut gemacht. Du bist gut gemacht. Ich stopp mal kurz und zu gucken, wie fühl ich noch frei ab. Warte, warte mal, wie viele Punkte hab ich 1400 in der Match gemacht? Das ist nicht mehr. 1000 Worte. Na gut, geht ja. Weil du repariert hast. Eben. Das mach ich diesmal auch. Das gibt voll viele Punkte. Nein, der Panzer. Da ist noch einer. Nein, beide Panzer weg. Ey, und das quatscht, das quatscht. Das quatscht auch noch weg. Fahre ich eben? Quatscht doch. Ne, 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 ne. Ah, fuck, fuck, fuck. Ich werd direkt umgebracht. Ah. Yeah, ich überhole den Panzer. Ich bin cool, yeah. Ich rass direkt mal zu 10 durch. Wuhu. Wuhu. Der scheiß Panzer schießt die ganze Zeit. Ziele bestätigt. Abfuhr in 3, 2, 1. Jetzt. In 3, 2, 1 jetzt. Bumm. Ziel getroffen. Volltreffer. Frohe Weihnachten, Babotou. Oh, frohe Weihnachten. Dankeschön. Komm schon. Ja, 150 Punkte. Bäm. 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 Wo gehen wir hin? Da hinten kommt Patzer, okay. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich knall ihn ab. Ich knall ihn ab. W. Pusch, ey, wenn du den kriegst. Ich hab' mir nicht getroffen. Ich hab' gar keinen Punkt mehr bekommen wir überhaupt für den Schuss. Wie ist die denn? Nein! Ah, da ist ja keiner drin. Wie ärgerlich. Saß. Da muss der Typ mal woanders rumrennen. Boah, dieser Panzer, der nervt mich so. Der ballert auf jeden... Fuck, 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 fuck. Ah, noch einer, wie geil. Ich krieg' keine Punkte für den Anschuss. Das gibt's doch nicht. Ah, Hilfe bei Squad-Fahrzeug-Zerstörung. Toll. Du bist so'n Arsch. Mich hängen einen blöden Panzer an, aber du kriegst direkt zwei. Nein, der erste. Der erste war mich nicht gekommen. Da war's keiner mehr drin. Da ist er. Haha, mit der Uzi. Meine aktuelle Lieblingswaffe. Weil sie so schön viel Schuss hat. Ja, KS ist besser, glaube ich. Ne, aber die Uzi hatten viel mehr Schuss. Und eine gute Genauigkeit. Halbwegs. Und da ich ziemlich viel Spoiler brauche ich das. Und den Sniper weggeholt mit der Uzi. Bam. Geh an Headshot verpassen. Wee. Nice. Ich habe keinen Bock, da rüber zu laufen. Wir sind doch eh welche, ey! Ich hab so keinen Bock hier rein zu rammen! Wir haben jetzt einen Sniper. Na komm, wo seid ihr? Zeigt euch einfach und dann ist gut Als wenn hier keiner mehr in der Basis steht Verarscht gar nicht mich selber Ich habe gerade das Bedürfnis zu niesen, aber ich würde es verdrängen Du fucking Sniper Das heißt Seiger, ey, was ist denn Sniper, bitte? Ich kann sich doch wohl selbst nicht ernst nehmen In dem einen ganz dunklen Haus da, bei A Oh, Jackie Stunt ist dabei Also, für die Abonnenten, 1, 2, 3, 4, 5, 2, time Aua Hat er jetzt doch im Famous weggelegt Ja, gerade schon Und als Ehrengast Marvins Vater Fuck Boah, mein Alter So Gerade totales Lecken Na gut, egal Oh, pack Panzer, Panzer, Panzer Buh Haha, du kriegst mich nie, du kriegst mich nie Jetzt noch nicht Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Ah Nee, der Panzer nicht, aber vielleicht der Typ hier Kann ich mal Tina anrufen? Ja, ne, wir anrufen Puh genocide Ich zuh Tö Feindlichste Außenposten gesichert Boah, war das nicht nur der Donut Ja 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 Ja, wir wollen nachrichten. Ja. 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 Totenstille. Ich bin hier festgenagelt. Interestiert. Ja, weil mein Auf... Gucken, wie weit es jetzt sich laggt. Ich hoffe mal. Ich bin hier festgenagelt. Boah, jetzt habe ich zweimal das Wort nagelt gehört. Das ist schlecht zusammen, man. Hey, da ist ein Sniper runtergesprungen. Komm her! Du Sackgratte! Den Typen Feuer und der Marsch! Ich denke, er sieht scheiß Ding aus. Nein, mein Sniper! Wie kommt der denn weg, ey? Nein! Drecksniper! Ich will nie mehr! Okay, wenn er 545 Tonnen ist, ey, wir haben eindeutig mehr. Wolf 2, wir haben die Feuerbach! Ach du Scheiße! Wollen wer Scheiße, ey? Gar ein bisschen erbärmlich und so, aber... Deswegen auch diese Überschrift von dem Video. Ha! Wir müssen dem Namen gerecht werden, sonst darf ich das bald umbenennen. Und schlaflanz! Oh... Die Hälfte sind da unten. Da! Da! Hey, hier ist Munition! Ja, genau den da! Wo ist denn der Panzer? Da steht er! Fahrzeug beschädigt! 30 Punkte, ganz toll! Ich habe nicht sogar in Headshot verpasst, obwohl ich nur einfach draufgeballert habe! Ich kann Jackie einsteigen! Danke! Ist eh sinnvoller, weil der glaube eh so gut wie nicht stirbt! Oh man! Hier ist Munition! Schade, sind wir immer so gut! Nein, ich kann nicht! Ich kriege hier nichts gebacken! Ich bin Güter aber an, hey! Welche Level ist Jackie Stunt überhaupt? Weil PSN... Der ist... Oh, Level... Warte! Lad mal! Level 12! Ach, ist ja nur... Nee, als ob es zu viel weh ist! Was steht jetzt, Scheißling? Sch! Nach den Hüttenfeuer untermarsch! Auf fünf Leute draufgeballert! Ihr seid so gut! Ich hab Punkte bekommen! Ich nicht! Ah! Es leckt! Kacke! 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 Kacke!